Oreste Pallella war ein italienischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler. Leben Pallella arbeitete bereits in den 1930er Jahren als dritter Regieassistent für Frank Capra und John Ford in den Vereinigten Staaten. Nach der Rückkehr in sein Heimatland dauerte es einige Jahre, bis er wieder beim Film in Erscheinung trat. Ab 1946 war er als Drehbuchautor erneut Regieassistent und im Jahr danach auch als Regisseur für einige Filme bescheidener Bedeutung. Gleich zweimal verfilmte er das Leben der Katharina von Siena. Sein wichtigster Film ist der in US-amerikanischer Co-Produktion mit Gene Nygulescu in Forza da Groge drehte Jessica. Daneben gründete er die Produktionsfirma Segesta Film. Nach Mafia à la Esbara aus dem Jahr 1962 war Pallella warnte er sich dem darstellenden Fach zu und spielte in rund einem Dutzend Filme Nebenrollen. Die bekannteste wohl gleich die erste, als er Marschall Potenza in Pietro Germes Seedotto e Appendenate verkörperte. Filmografie 1947 Retrovasi 1960 Todesfalle Tresor 17 1961 Jessica 1968 Serafino, der Schürzenjäger Ebene 15 uerdo Adela 5 bald まぁ etc ül